Guten Tag, Zollkontrolle. Kommen Sie aus den Niederlanden? Ja, ich war am Meer. Schävening. Steigen Sie bitte mal aus dem Fahrzeug. Haben Sie irgendwelche Betäubungsmittel mitgebracht? Cannabis, LSD, sonstige Drogen. Drogen? Ne. Sagen Sie es lieber gleich, wir finden Sie das Zeug sowieso. Und dann ist der Ärger noch größer. Wow, wow, wow. Das stinkt aber da drin. Willst du vielleicht? Ich habe keine Drogen, gucken Sie doch nach. Ja, das werden wir auch tun. Lass den Jupp mal rein. Könnten Sie das mal bitte vom Beifahrersitz entfernen? Klar. Suche, suche, suche. Sauber. Tja, sieht so aus, als wäre die doch nur am Meer gewesen. Wir können wieder anpacken. Ich helfe Ihnen schnell. Das ist nett. Ja, nix für ungut. Wir machen hier ja auch bloß unseren Job. Klar, kein Ding. Gute Weiterfahrt. Danke. Ich hätte schwören können, dass der was dabei hat. Danke. Danke. Danke.